Bleiben Sie dran. Einer vom MDR, wir sind zum Blutabdammt da. Ja. Also wir beide hatten ja nun schon Corona, können wir das denn jetzt nochmal kriegen überhaupt? Es ist kein hundertprozentiger Schutz, dass sie es nicht nochmal bekommen können. 45 Minuten. Corona, das Virus und ich. Heute 22 Uhr. Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Männer, Frauen.